Hallo zusammen, Willkommen zu Varro 4 mit dem Odin. Aka Jesus! So sieht's aus und ich würde sagen wir joinen in 3. Sollen wir sofort joinen? Ja sag, wenn du runtergezählt hast, ich join auf dein 1. Okay, 3, 2, 1. So. Sneaken! Es klappt, ja, ja. Weil hier sind extremst viele auf dem Server. Ja. Ich bringe ein bisschen, hier scheint keiner bei mir zu sein und es scheint auch keine Falle zu sein. Ne, warte mal, ich hatte was auf dem Boden gedroppt, ist weg. Ja. Wo bist du? Ich sneak hier. Also ich bin noch in der Schlucht. Ja, ich bin auch noch in der Schlucht, ich bin irgendwo an die Seite gelaufen, ich weiß nicht mehr warum, hier waren Diamanten glaube ich. Also ich bin am Ende der Schlucht. Bleib bitte gesneakt erstmal. Oh, oh, okay, ich hatte nämlich gerade aufgehört zu sneaken. Warte mal, das ist ein Skedett, da muss jetzt irgendwie hinkommen. Ich sehe eine Blume. Also ich habe 6 Dias. Also zur Taktik, wir brauchen jetzt noch Diamanten und dann würden wir quasi in den Neta gehen. Schnell Level fahren. Also wir haben wirklich vor, schnell eigentlich zu einem Action zu kommen. Aber wir müssen uns halt ausrüsten, weil das wäre super schade, wenn wir das nicht nutzen würden, die ganzen Bücher, die wir haben. Unsere eigentliche Taktik sah viel aggressiver aus, aber dadurch, dass wir jetzt wirklich das scheiß Ende gefunden haben, wollen wir dann doch... Läuft's richtig. Ja. Bist du in der Schlucht? Ja. Also ich habe kurz aufgehört gehabt zu sneaken, falls du es zufällig gesehen hast. Nein. Weil ich in mein Inventar geguckt habe. Ja. Aber ich höre mir einfach mal auf zu sneaken. Ja. Siehst du mich irgendwo? Warte, ich komme mal raus. So. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich... Also ich könnte versuchen zurückzulaufen von dem Weg, den ich denke, den ich gekommen bin. Also wie gesagt, ich bin halt in der Schlucht, in der großen, wo du dich am Anfang so am Rand vorbeigebaut hattest. Ich hole mir gerade noch hier die Golddinger mit. Ich habe übrigens... Snipen tut uns gerade keiner, sonst wäre derjenige schon da. Ja. Wer ist denn überhaupt hier? Ich... Fuck. Okay. Ich weiß echt nicht mehr, wo ich lang bin. Okay, hier ist... Ja. Ah, hier ist die Spalte, glaube ich. Ja, genau. Dann kommen wir da raus. Größer als die da... Nein. Ich hoffe, du wirst das. Ich sehe dich da unten. Ja. Sehr gut. Sieht nach dir aus. Pass auf, wir brauchen auf jeden Fall noch genug Eisen für den Amboss. Dann brauchen wir wie gesagt Dias. Und wir sollten jetzt hier weg, weil die Leute wissen ja, wo wir sind. Weil die Folge ja heute rauskam, ja? Ja. Lol, das hat gerade nicht geladen. Scheiße, ich hätte die Chance nutzen sollen und nach Dias gucken sollen. Hatte ich auch. Und dann direkt so ein Kommentar so, was war das denn für ein Wohlig? Kannst du mal gucken, wo es mehr zur Mitte geht? Äh, klar. So, mehr zur Mitte. Also das war vielleicht weiter in die Richtung Raben. Ich weiß gar nicht, wo die Mitte ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, die war bei 0,0. Ja? Okay. So rein... Oh, hier ist die... Also wenn die bei 0,0 ist, dann ist es in die Richtung hier. Ja. Und... wenn man so ein bisschen versetzt ist. Wir lesen das alles, aber wenn wir irgendwie eine Folge später immer noch Scheiße bauen, dann haben wir das halt zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Ich baue uns einfach mal hier weiter. Warte mal. Lohnst du ja immer die ganzen Wände ab, weil es ist gerade so offen alles. Wir können uns ja in die Mitte stripmine. Ja, zum Beispiel. Und dann hoffen wir finden wir komplett Diamantenrüstung. Das wäre nämlich awesome. Also ich habe die perfekte Höhe, für die er soll anscheinend 11 sein, nicht 14, wie ich dachte. Also... Ja, da vertue ich mich auch jedes Mal. Ich merke mir da doch nicht, weil ich da irgendwie immer denkst du, ach, läuft schon. Ich dachte eigentlich echt, das sind 14. Ich hätte alles darauf verwenden können. Meine Eier. Dann wäre ich jetzt ein Kastrat. Warte, ich baue jetzt mal mit supercoolen Eisenblöcken zu. Ne, ne, das fällt doch voll auf. Dann nimm lieber... Ne, ne. Nimm doch Dreck, nimm doch Dreck. Stimmt, hätte ich nehmen sollen. Aber ich habe keinen Dreck. Sind wir auf der richtigen Höhe schon? Also wir sind auf der Dia... Dia Höhe, ja. Ich habe ein Glas voll Dreck. Warte... Dias! Ernsthaft? Ja klar. Ernsthaft? Ja klar. Ja geil. Das ist saugeil, wie viele sind das? Ganz viele, Mann! Warte. Also da waren... Ich habe jetzt noch 11. Ja, okay. Willst du mir mal die Dias geben? Ja, besser. Falls ich nochmal einen Strike kriege oder was? Ja. Und ich gebe dir mal am besten... Ich gebe dir mal... Fleisch, 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 Fleisch. Fleisch, Hühnchenfleisch und... Ich weiß nicht, was ist das hier? Hammelfleisch habe ich noch nie gelegen. Also ich habe Porkshop relativ viel. Oh, okay. Dann gebe ich die Schweine... Dann gib mir das Hammelfleisch oder so am besten. Ups, warum habe ich jetzt... Ah, du hast keinen Platz. Ja, nehm, nehm. Also mehr habe ich eh nicht. Dann habe ich das ganze Porkshop. Ja. Äh... Öfen habe ich... Was kann ich... Die Weizenkörner brauche ich nicht mehr. Da liegt noch Fleisch, ne? Das kannst du nehmen. Oh, warte mal! Aber ich bin voll! Ne, warte mal... Ich zumal Zombiefleisch weg. Ich... Ich weiß nicht, was ich dir geben könnte theoretisch. Pass auf, wir machen gleich mal eine Analyse der Inventare. Ja. Oh, warte mal. Genau, meine Notfallkamera läuft. Ja. Loparranoid in dem Projekt. Da muss man ja werden. Ich sneak mal weiter, dass ich grad dumm, dass ich nicht sneak. Ich höre von rechts Zombies. Falls wir da noch leben sollen, wenn wir Full Deer sind, habe ich 30 Level auf jeden Fall zusammen. Ja, ich komme jetzt auf... Vielleicht nicht auf jeden Fall, aber eventuell zu Monstern. Ne, die höre ich auch gerade. Oh, hier ist auch ne... Hier ist... Hier ist ne grüner... Ich weiß nicht, ob das das von nem Dings ist. Die Steine von nem Spawner. Oh, warte mal, ich komme. Wenn der grün behaftet ist... Ja, ja, der ist grün behaftet. Oh man, schon wieder ein Spawner gefunden. Ja, hier ist ein Spawner. Von Zombies. Aber Zombies-Spawner, ne? Ja, aber wir könnten EP farmen. Wenn du willst. Ich glaube, die spawnen nicht so schnell leider. Okay, hier ist ne Doppelkiste. Hier sind Dias. Jawoll! Hier sind Dias. Echt Dias-geil? Ja. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen den mal platt, oder? Ja, warte noch. Wir können ja noch warten, bis wir die Dias abgebaut haben. Ja, okay. Dann spawnen vielleicht nochmal drei bis sechs Stück. Willst du? Oh! Ich wollte gerade sagen, spinnst du kannst du mich bitte nicht in die Lava! Läuft bei mir! Okay, hier sind richtig viele Dias. Ich glaube, es sind sieben Stück. Nicht, dass ihr zwei Strikes kriegt? Also ich habe schon Leute erlebt, die haben drei nacheinander bekommen. Ja, habe ich auch schon mitbekommen. Ja, es wäre ärgerlich. Okay, wir sind heute im Dia-Modus. Also wir brauchen auf jeden Fall 48 Stück. Beziehungsweise 8 weniger, weil ich ja schon eine Rüstung habe. Alter, das ist ja hässlich. Ja. Siehst du mich? Nee, nee, der Zombie. Wollte schon sagen. Ich dachte, du hast ein Real-Life-Bild von mir. Nee, 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 nee. Die Cam habe ich ausgeschalten. Sehr gut. Immer wenn ich deine Parts gucke, dann habe ich auch hier, wie die Leute über dem Laptop-Kamera, so einen Stick-It, habe ich das auf deiner Facecam hören. Ja, kenn dich. Habe ich schon von vielen Leuten gehört. Warum hast du eine Fackel drauf gemacht? Dann hättest du ihn auch abbauen können. Ja, weil so dunkel war. Ja, aber du hättest ja auch daneben machen können. Stimmt. Also kann ich ihn einfach abbauen, ohne dass er explodiert? Ja, genau. Außer wenn er explodiert, dann bist du halt tot, aber das ist ja nicht so schlimm. Mit der Spitzhacke oder mit dem Schwert? Bei der Spitzhacke. Okay. Naja. Okay, weiter flippen ein. Gute Höhe finden, weiter. Ja, ich mache einfach hier weiter, wo ich aufgehört habe. Okay. Oh, ich sehe gerade. Das ist ein relativ großer Lavasee. Warte, ich gucke da einfach nochmal rein. Gute Zeit weiter rein lunzen. Sehe ich. Sehe ich. Lunze gerne überall rein. Ja. Wie viele Dias brauchen wir denn? Du hast schon eine Dias Rüstung. Genau. Dann brauchen wir zwei Paar Schuhe. Das sind 8 Dias. Also 24 pro Rüstung minus 8. Ah, 24 insgesamt. Okay. Das ist gut. Dann fehlen uns noch 15 Stück. Okay. Dann sind wir voll dir und dann wäre vielleicht noch ganz cool, wenn wir vielleicht nochmal ein Schwert oder so machen. Ja, oder nochmal eine Spitzhacke mit, weil meine geht. Oh, wobei. Ja, vielleicht noch eine Spitzhacke. Ja, 48 wären so nice. Dann könnten wir, 48, 50, dann könnten wir nochmal zwei Schwerter im Notfall machen. Ja, genau. Also ich hätte am liebsten auch richtig viele, damit ich, wenn Kämpfe kommen, den Leuten immer Dias zuwerfen kann. Guck mal, was ich hab. Warte mal, wo bist du überhaupt hergegangen? Ähm, von dem Spawner aus so nach links weg geradeaus, je nachdem von wo du kommst. Links weg geradeaus? Also da ist so Lapislazu, Lapis, das blaue Gestein, da von links. Okay, warte mal kurz. Ja, da warst du, da hältst du geradeaus. Ah, da. Ja, der Gang, genau. Ah. Da hat er Lapislazuli stehen lassen. Oh. Oh, oh. Also werden gekickt. Ja. Sia Nerds. So. Weil, seit wann steht da 30 Sekunden? Oh, gute Frage. Ist das neu? Scheiße. Weil man kann diesen Name-Tag, damit kann man halt, sag ich mal, man kann irgendwas benennen. Ja. Oh, mein Vater kommt da. Wer hätte das gedacht? Und dann kann man zum Beispiel ein Schwein benennen und dann kannst du das töten. Und dann steht da. Und die Naka hat Demeter-Elfer getötet. Wenn ihr lern's habt. Ja. Das ist saugeil. Müsste, glaube ich, gehen. Ich hoffe, das funktioniert. Das wäre saugeil. Nicht für mich in TV2. Okay, Leute. Mein Vater kommt gerade nach Hause. Ich hoffe, der kommt noch nicht rein. Ich habe eigentlich gedacht, der kommt erst eine halbe Stunde später. Ja. Soll ich dir wieder anrufen und schimpfen oder was? Ja. Falls. Falls. Okay. Falls ihr das Brummen gerade gehört habt. Das war das Auto. Nicht wundern. Aber mit der Musik. Auto brummt bei dem. Kein Elektroauto am Start. Was bist du denn für ein Umweltproblem? Du weißt ja, das sind die Ausländer hier wie Luxemburger. Kein Respekt vor der Umwelt. Ich merke das schon. Wir müssen auf jeden Fall nochmal ein bisschen Cleanstorm braten. Ja. Ich kann dir hier ein paar Öfen hinschmeißen, wenn du willst. Hier. Ich habe ein bisschen Eisen übrigens schon fertig. Ja. Ich werfe dir dann auch mal das Gold zu. Dann kannst du es auch in den Ofen tun. Ja, aber das wäre nice. Warte. Ich habe drei Goldwaren. Ich habe 43 Golderze gehabt. Das heißt 46, 46 durch 9 geht nicht. Dann haben wir 36, 45, 45 rest 1. Also fünf Goldäpfel können wir machen. Okay. Gut. Einen Goldäpfel habe ich schon, by the way. Ah, hast du schon eingemacht? Das ist gut. Ja. Du bist immer unten in der Leiste. Werde ich zwar wahrscheinlich die benutzen, weil ich einfach zu dumm bin, aber... Papalapap. Okay, hier sind noch einige Goldwaren. Die bringe ich dann mal zurück. Sollte aber. Sind nicht genug auf jeden Fall. Brate ich noch ein paar Steine an? Kein Mensch. Acht Stück. Doch. Dann hatten wir hier... Alter, hast du viele. Zack. Die tue ich da drauf. Warte mal. Ich guck mal ganz kurz in die Höhle hier rein. Ja, ja. Guck dich um. Ich baue nur den Gang nach vorne. Ich mache hier gar nichts gezielt in der Absicht nach Dias. Sondern einfach, dass wir ein bisschen näher kommen. Okay. Werden auch gekickt, dann sind wir erst mal wieder alleine. Ja. Wir müssen definitiv mehr nach rechts als... Ich baue mal ein bisschen mehr nach rechts. Aber das Geile ist das wie beim Fußball. Weißt du, man wird ja immer unterschätzt. Deswegen kommt auch keiner zu uns. Nein. Weil die alle denken so... Ah, guck mal die beiden. Ja, am Anfang waren wir noch unterschätzt. Aber jetzt sind wir auch immer noch unterschätzt. Wir haben Value... Aber wir haben... Wertvolle Sachen dabei. Richtig viele Bücher. Vorher gab es halt keinen Grund uns zu jagen. Ja, ist immer so nett, wenn die Leute so schreiben. Jo, ihr seid nicht so gut wie die anderen im PvP. Aber jetzt habt ihr eine Chance. F*** dich! Ich bin Gott! Ich glaube hier war jemand. Ne, ne. Ist keiner mehr auf dem Server. Ne, ne. Aber in der Höhle, wo ich jetzt gerade her gelaufen bin. Da waren... Bruchsteine nennt man das in der Pitch. Achso. Ja, das kann natürlich sein. Und Fackeln. Ja, dann war er ziemlich sicher. Vielleicht sind wir auch in der alten Höhle von uns gelandet. Ne, das haben wir nicht gebaut. Wir bauen mit... Das könnten GLP und Palute gewesen sein. Ui. Der gute Paluten. Ich kenne auf... Äh, ich kenne. Ich höre gerade wieder Bogenschützen. Am liebsten würde ich ja wirklich an so einem Spawner vorbeikommen, damit wir uns ein paar Pfeile sammeln können. Ich habe auch gelesen, das wusste ich übrigens auch noch nicht, dass man Bögen im Inventar reparieren kann. Das heißt, wir brauchen keinen Amboss. Achso, wenn ihr die bei anderen craftet halt, ne? Ja. Das heißt, ich hätte den einen gar nicht wegschmeißen brauchen. Aber... Ja gut, lohnt sich nicht unbedingt. Ich habe so viele Fäden mit. Ich mache dir relativ viele Bögen. Ja gut, ich habe auch... Das stimmt. Ich habe auch genug Fäden. Dann gebe ich dir zum Beispiel die Fäden. Okay, hier ist Lava. Und von links kommt aber Wasser. Warte, ich mache da mal so eine Mauer drum, aber ich lasse das mal hier. Aufgrund... Du bist gerade nur im Geradeaus-Modus, ne? Nicht ganz, aber almost. Okay. Ich baue jetzt hier irgendwo hin, wo Wasser ist. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt nicht ertrinke. Das wäre natürlich sehr unpraktisch. Boah. Gerade einfach so just for fun in die Wand gebaut, weil du direkt ein Deer vorkommst. Jetzt suchst du da speziell nach. Nix. Ja, so ist es immer. Ich bin jetzt hier in einer Höhle mit einem Wassersee. Oh, was soll das? Das war eine Fledermaus. Okay, hier ist auch viel mit Cobblestone. Und hier wurde auch hoch gebaut. Hier ist das End. Hier waren wir. Ach lol. Okay. Wir haben das End schon wieder gefunden. Der Hammer. Neuer Folgentitel. Ist das das Ende again? Und wenn wir tot sind, ist das das wirkliche Ende? Ist es diesmal das Ende? Okay, dann können der Bruchstein vielleicht doch von uns gewesen sein. Oh, wir werden gleich gekickt. Oh, ja. Dann komme ich mal zu dir. Ne, den will ich auch nicht. Ich will die Gold bauen. Das ist echt schon scheiße. Das ist so kurz. 15 Minuten. Oh, den nehme ich noch mit. So. Also die Öfen sind gerade noch voll und braten. Aber wir nehmen wahrscheinlich kurz hier nach auf wahrscheinlich, ne? Ja, ja, ja. Wo kam ich denn her? Ah, durchs Wasser. So eine scheiße. Ich gehe jetzt nicht ins Wasser. Oder? Doch, komm. Ne, ne, ne. Wenn du versinkst, wäre nicht so gut. Okay, dann gehe ich hier hin. Zu dem Kreuz. Hehe. Nice. Nice. Aber gut, das war mal eine richtig spektakuläre Folge Farming. Wir haben ein paar Diers gefunden. Also wir brauchen jetzt nicht mehr so viele und dann geht es auch schon in den Neta und wird hardcore verzaubert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es das. Guckt bei Moni vorbei. Guckt bei Peter vorbei. Guckt bei Peter vorbei. Tschüss. Tschüss.